Ja und Willkommen liebe Freunde bei Plonyville. Ja, da hängt jemand. Cool, Sonnenbrille. Aber guck mal wer da drüben hängt. Ja, eine kleine Prinzessin. Ich bin mal hier hoch. Hat ja schon eine Fünf-Sterne-Wertung. Die sieht einfach zu schön aus. So, ich habe mich bei einer Quest schon weiter vertippt. Und zwar missten wir hier eine Seifen. Nein, haben wir nicht. Was will denn eigentlich? Oh, eine Prinzessin. Passt ja heute. Komm, Fünf-Sterne-Wertung. Und jetzt hier. Raus aus den Federn. Ja, kümlich schön. Jetzt müsst ihr dienen. Auf, drei Stähnchen. Das ist doch kein Problem. Auf, drei Stähnchen. Auf, drei Stähnchen. Oh, das ist doch kein Problem. Fünf-Sterne-Wertung. Ha, Fionort. Und jetzt kann ich das in Dorn. So. Wir hatten ja noch... Oh, Tante Orange. Ja, die haben wir jetzt auch gekriegt. Taucht in. Wurft zehn Stunden auf. Dann haben wir noch ein paar Bäumchen. Ah, das ist doch der Planetenbrunnen. Shit, das ist ein anderer Brunnen. Ah, die hätten jetzt gar nicht die Edelsteine... Ups. Mein Verschulden. Das kommt davon, wenn man nicht nachguckt. So, wir reißen mal wieder. So, so kann das passieren. Hatten wir eigentlich ja auch noch Ponys. Nein. ... ... ... ... ... So, hätten wir das auch was mal wieder? Leider mal wieder zu wenig mal Kieschen haben. Ja. 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 Oh, guck mal, was hier aufgetaucht ist. Kaltes Edelsteine, man kann wieder... Ja, ich weiß nicht, ob das bei mir damals verschwunden ist, wegen Back oder was, aber es ist auf jeden Fall wieder da. Ja, ja, los, doch, ich vergesse es. Ach, nee, warte mal, das können wir kaufen. Hatte ich ja schon mal. Ja, 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 wir haben keine Edelsteine, Mädel. So, wir verabschieden uns erst mal, dadurch, dass wir auch eine neue Konzesse haben. Und wir gucken dann mal weiter. Und auf ein Herz. Und dann kommen wir mal weiter. Pressmäßig. Wollen wir jetzt ein Haufen meiner Edelsteine. Und ja, wir hoffen, dass wir Ballooner bekommen. Und ja, bis dahin, auf Wiedersehen.